Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem letzten Zweitligaspiel gegen Arminia Bielefeld. An meiner Seite begrüße ich unseren Cheftrainer Olaf Janssen und unseren Geschäftsführer Sport Ralf Minge. Zu Beginn die Frage an unseren Cheftrainer, wie ist es um das Personal bestellt, wer ist angeschlagen und wer steht am Sonntag im Endspiel im Kampf um den Relegationsplatz zur Verfügung? Tja, erstmal die üblichen Verdächtigen, die jetzt fast gesagt haben. Armini Noida, ich denke, ist bekannt. Ich möchte aber auch hier nochmal betonen, dass der Junge wirklich hier auf einem super Weg ist, seiner Zeit vorauseilt. Und ja, wir alle hoffen, dass er wirklich schnell wieder auf die Beine kommt. Und ja, unsere beiden Gesperrten, Griffo und Schulz. Und Adnan Mavatsch befindet sich zur Zeit zur Untersuchung in der BG-Klinik in Berlin. Aufgrund noch seines Unfalles wird er dort nochmal durchgecheckt. Und ja, das ist soweit die Situation bei den Akutverletzten oder auf jeden Fall nicht einsatzfähigen. Kommen wir zum Sportlichen. Wie stellen Sie Ihre Mannschaft auf das Endspiel gegen Bielefeld ein? Ja, also erstmal ist es kein Endspiel, sondern es ist nur für den Verlierer ein Endspiel. Für den Gewinner ist es ein Halbfinale, nämlich für die Qualifikation fürs Endspiel in der Relegation gegen Darmstadt. Und von daher ist es sicherlich eine extreme, eine besondere Situation, weil wie in den anderen Jahren zuvor eben nicht man zur Anzeigentafel gucken muss, was der Gegner macht, sein direkter Konkurrenz, sondern er steht einem auf dem Platz gegenüber. Ich finde, das ist eine sehr gute Konstellation. Da weiß man, woran man ist. Und ja, wir bereiten uns auf der einen Seite darauf vor, wie immer, dass wir den Gegner versuchen zu analysieren, zu studieren, sein Spiel, was uns erwarten könnte und versuchen natürlich da auch Lösungen zu finden, wie wir agieren wollen. Es ist aber auch klar, und darauf stelle ich meine Mannschaft auch ein, dass es eben ein sehr besonderes Spiel ist, mit besonderen Umständen. Und ich glaube auch, dass man mit Spielsituationen eben rechnen sollte, die so in einer Saison eben nicht vorkommen. Unwägbarkeiten. Und ich bin da guten Mutes. Wir dürfen sicherlich mit Bielefeld damit rechnen, dass wir auf eine sehr kampenstarke, leidenschaftliche Mannschaft treffen. Das haben sie in den letzten Wochen gezeigt. Deswegen haben sie sich nochmal diese Chance erarbeitet. Aber auch das wissen meine Spieler. Wir haben die Karten in der Hand. Wir haben die bessere Ausgangsposition. Wir haben ein Heimspiel. Und das sollte uns eine ganze Menge an Mut, an Entschlossenheit geben. Ich glaube, wer die letzten beiden Heimspiele gesehen hat, gegen 60 und gegen Karlsruhe, der weiß, dass unsere Fans und die Unterstützung eine sehr wichtige Geschichte war, die Mannschaft immer wieder nach vorne gepeitscht haben, alleine gegen Karlsruhe, die zwei Rückstände. Die Art und Weise, dass die Zuschauer dort nie aufgegeben haben, sondern immer wieder die Mannschaft gepusht haben, die Mannschaft das auch angenommen hat. Und ja, das erwarte ich mir natürlich im besonderen Maße an diesem Sonntag. Und ich muss sagen, dass mir die Mannschaft das signalisiert. Und mir geht es genauso, dass wir uns freuen auf dieses Spiel. Es ist nochmal eine große Chance, zurückzukommen ins Rennen um den Verbleib in der zweiten Liga. Und das wollen wir mit aller Macht tun. Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen. Nicht nur deshalb ist unser geschäftsführer Sport heute mitgekommen, sondern vor allem deshalb, weil die aktive Fanszene an den Trainer Olaf Janssen und Ralf Minge in den vergangenen Tagen herangetreten ist und gefragt hat oder Anregungen geliefert hat und Ideen, was man unternehmen kann, damit das Spiel am Sonntag der Mannschaft noch einen Extraschub verleiht. Deshalb wird es unter anderem einen Spalier geben. Aber vielleicht, Ralf, kannst du ein paar Dinge dazu sagen, was in den vergangenen Tagen abgelaufen ist und was diese Aktionen mit dem Spalierstehen für die Mannschaft bedeutet. Also wir haben uns am Dienstag auf bitte der Fans kurz geschlossen. Sie haben gefragt, inwieweit und wo sie die Mannschaft noch unterstützen können. Deutliches Indiz für die Sensibilität, die bei unseren Fans vorherrscht. Wir haben dann verschiedene Sachen thematisiert. Gestern Abend zum Beispiel war in der Fankneipe ein gemeinsames Grillen. Da ging es nicht darum, irgendwelche Ansagen noch zu machen, sondern ganz einfach in einem lockeren Talk die Verbundenheit miteinander zu dokumentieren. Das wird sich morgen fortsetzen in dem Thema Trainingsbesuch, wo noch mal sicherlich auch im Überspruchbänder der Zusammenhalt eingefordert wird. Und wie es der Herr Puschmann schon gesagt hat, am Sonntag dann der letzte Kilometer hier zum Stadion, wo noch ein Spalier gebildet wird, um die Jungs noch mal richtig heiß zu machen. Ich glaube, wenn man jetzt auch den Saisonverlauf betrachtet, ist das eine überragende Geschichte. Und ich hoffe und wünsche, dass das unsere Mannschaft dementsprechend auch beflügelt. Trainer, vielleicht von Ihnen auch noch ein paar Worte dazu. Sie haben in der Aktion ja auch direkt zugestimmt und das unterstützt. Ja, also ich sage mal, jeder Verein, jede Mannschaft, jeder Trainer, glaube ich, kann sich nur glücklich schätzen, solchen Anhang zu haben, alleine wie die Saison gelaufen ist und wie die Leute uns unterstützt haben, ist mit Worten aus meiner Sicht kaum zu beschreiben. Gerade jetzt auch in den letzten Wochen, auch in dieser Woche, die Aktion, die der Ralf gerade beschrieben hat, ich will nicht sagen, suchen seinesgleichen, aber die Art und Weise, wie die Menschen das tun in der Stadt, und wie sie wirklich mit allem, was sie haben, dahinterstehen. Immer wieder versuchen, uns aufzubauen. Das ist auch so, wenn ich durch die Stadt und durch die Straßen gehe, da sehe ich immer nur Daumen hoch und das schafft ihr, ihr packt das. Und da kommt eine unheimliche Energie rüber. Und ja, das, was ich mir dann auch für Sonntag wünsche und für diese Menschen, die diesen Verein so lieben und so unterstützen, ist einfach, dass wir auch ein Stück weit für diese Fans einfach auch diesen Sieg und diese Qualifikation für dieses Endspiel erreichen. Das haben sie sich verdient, hundertprozentig. Und ich als Trainer, meine Jungs werden alles in die Waagschale werfen, dass wir das zusammen am Sonntag ein Stück weit dann auch feiern dürfen. Naja, da muss man leider realistisch bleiben. Also ich wollte die Liste ja nicht zu lang werden lassen. Beim EDIR ist ein guter Heilungsverlauf sicherlich vorhanden. Er macht große Fortschritte, der Fuß schwillt nicht an, sodass wir uns schon Hoffnung machen, dass er dann in der nächsten Woche voll einsteigen kann. Bei Markus Scholz hat seine ersten Einheiten absolviert, ohne Schmerzen, ohne Probleme, ohne Schwellung am Finger. Also von daher ist das sicherlich eine Möglichkeit fürs Wochenende. Da muss man einfach mal sehen, wie jetzt die heutige Trainingseinheit verkraftet hat und wie das morgen aussieht. Ja, also Tony Leister konnte heute beschwerdefrei trainieren beim Romer Margerie. Sieht nicht so gut aus. Also er hat, über den Tag ging es eigentlich immer noch. Also gestern hat er ein leichtes Lauftraining gemacht. Er fühlte sich gut. In der Nacht war es sehr, sehr schlecht. Heute auch wieder in der Nacht sehr, sehr schlecht. Heute Morgen ging es ihm dann wieder ein bisschen besser. Er hat dann auch leicht trainiert und da muss man sicherlich abwarten. Wir haben jetzt dann praktisch fast eine Woche verloren. Das ist schon ein Stück weit ein Drahtseilakt. Zwischen was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Sicherlich so, dass wir gegen Ende der Saison sind und er körperlich sicherlich im sehr guten Zustand ist, sodass er nicht so viel verliert. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, kann ich auch wirklich kein Risiko eingehen, dass einem Spiel am Sonntag auch nur fünf Prozent fehlen von seiner Leistungsfähigkeit. Und da wird sicherlich die heutige Nacht und der Morgentag einfach den Ausschluss darüber geben, inwieweit das Sinn macht. Das ist eine gute Frage, ja. Worum geht es im Geheimtraining? Im Geheimtraining geht es darum, Dinge auszuprobieren und zu machen, die möglichst dem Gegner und der Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Das haben wir heute gemacht. Ja, wir haben uns ja in der Vergangenheit auch immer wieder mal abgestimmt. Wenn wir der Meinung waren, das macht Sinn und ich denke schon, dass das vor dem Spiel auch nochmal Sinn macht, ein paar Worte aus Sicht des Vereins in die Mannschaft zu richten, die Bedeutung ist, aber ohnehin jedem klar. Ja, man könnte natürlich sagen, wenn eine Mannschaft in der Liga weiß, wie man einen Punkt holt, dann sind es wir. Sich darauf zu verlassen, glaube ich, wäre fatal. Denn es ist eine hohe, große Drucksituation und der Gegner braucht zwar einen Sieg, aber wenn sie dann ein Tor machen und man läuft einen Rückstand hinterher, dann macht es die ganze Sache nicht einfacher. Und von daher haben wir auch keine Mannschaft, wo wir jetzt sagen können, wir verteilen ihn jetzt mit Mann und Maus. Der Gegner kriegt keine Torschance, wenn wir schon irgendwie einen Konter setzen. Also das ist auch nicht unsere Spielweise, sondern ich denke, dass wir versuchen müssen, den Gegner weit von unserem Tor fernzuhalten und jeden Weg, den uns der Gegner lässt, nach vorne auch nutzen. Ich denke, das haben wir gerade gegen 60 sehr, sehr gut gemacht und gezeigt. Und das ist, glaube ich, eher die richtige Herangehensweise an so ein Spiel, als versuchen, diesen einen Punkt zu verwalten. Ich glaube, das wäre grob fahrlässig, wenn wir nur dieses Spiel jetzt zum Anlass nehmen oder den Ausgang des Spiels dann zum Anlass nehmen, uns Gedanken zu machen. Das haben wir sicherlich getan, in beide Richtungen, im stillen Kämmerlein. So man das überhaupt tun konnte, was jetzt konkrete Gespräche anbelangt, müssen wir ganz einfach abwarten. Aber ich glaube, dass wir dort ganz ordentlich vorbereitet sind. Ja, muss ich schon sagen. Also das hat man schon gespürt, vor allen Dingen auch nach dem Montag. Wir haben ja intern und extern den Jungs versucht klarzumachen, auch schon vor dem Kaiserslautern-Spiel, dass nach Abpfiff sich alles auf dieses Spiel am Sonntag gegen Bielefeld fokussieren wird und vor allen Dingen alles das, was wahre Geschichte ist. Das hatte ich schon das Gefühl, dass das ein Stück weit deutlich zu spüren war. Also es war eine große Entschlossenheit, auch eine Spielfreude zu erkennen. Die Jungs waren mit Eifer bei der Sache und hatte nicht das Gefühl, dass die Jungs depressiv wirkten. Im Gegenteil. Also das war ordentlich, das war gut und ich glaube auch, dass das die richtige Herangehensweise ist. Denn auf dem Weg bis zum Sonntag begegnen uns noch genügend Dinge, die besonders sind, mit denen man umgehen muss. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass die Jungs das auch am Sonntag umsetzen können. Ja, also ich sage mal, gesprochen wird viel bei uns. Also daran kann es nicht liegen, ob das dann seine Früchte trägt. Das müsste man natürlich dann am Sonntag unter Beweis stellen. Das ist ganz klar, aber sicherlich ist auch richtig, dass einige Spieler diese Situation oder ähnliche halt schon erlebt haben. Ich meine, die letzten zwei Jahre tabellarisch haben sich relativ gleich angefühlt und sind gleich abgelaufen. Aber ich sage mal, das geht halt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das andere ist die Erfahrung. Das andere ist, wenn man so lange immer wieder da unten rumkrebst, fördert das auch nicht das Selbstbewusstsein. Das ist klar. Und deswegen nochmal haben wir auch dieses Halbfinale am Sonntag einfach auch ausgerufen von Anfang an, weil es eben auch eins ist, weil der Gegner uns gegenübersteht. Und darauf gilt, sich zu fokussieren. Und das, was eben war, ist vorbei, ist Geschichte. Und je besser uns das gelingt und je klarer, glaube ich, desto freier können wir auch dieses Spiel am Sonntag angehen. Ja, er ist nicht mehr der, der er war. Also vor diesem Footballspiel, das muss man leider feststellen. Aber ich sage mal, er ist immer noch in so einem guten Zustand, wie wir halt vorher keinen Platz hatten. Also von daher ist er nicht mehr so ideal, wie er war, aber immer noch besser, wie er vor dem Wechsel war. Gerne, ja. Also wir haben morgen öffentliches Training um halb vier im Großen Garten. Wir werden vorher noch eine kleine Videosequenz haben, um uns nochmal auf dieses Spiel auszurichten. Wir werden dann Abschlusstraining haben, wie gesagt. Und dann fahren wir ins Hotel und werden dort zusammen essen, zusammen sprechen und am Sonntagmorgen dann nochmal eine kurze Aktivierung haben, um nochmal den Akku hochzufahren, bereit zu sein. Dann haben wir eine Besprechung und dann werden wir in den Bus steigen und dann ins Stadion fahren. Dann von mir noch ein paar Informationen. Die Anschlusszeit habe ich eben gesagt. Die Stadiontore öffnen zwei Stunden vorher um 13.30 Uhr, der VIP-Raum um 14 Uhr. Die Tageskassen bleiben geschlossen, da das Stadion ausverkauft sein wird. An den Tageskassen gibt es nur das Stadionmagazin Kreisel und Aufwertungskarten. Wir rechnen mit über 29.000 Zuschauern. Aus Bielefeld reisen rund 1.600 bis 1.800 Fans an. Wir bitten alle Zuschauer frühzeitig zum Stadion zu kommen. Es wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen kommen, zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen. Da die Fans ab 13 Uhr sich versammeln werden, vom St. Benno Gymnasium über den Straßburger Platz bis zum Stadion. Dort wird das Spalier entstehen und somit sollten alle, die pünktlich im Stadion sein sollen, auch rechtzeitig anreisen. Schiedsrichter der Partie ist ein FIFA-Schiedsrichter aus Berlin, 40 Jahre alt, Manuel Krefe. Er ist DFB-Schiedsrichter seit 1999 und hat in der zweiten Bundesliga seit 2001 92 Spiele gepfiffen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns am Sonntag zum Endspiel gegen Bielefeld.